danke seht ihr leute so überlebt man im klassenzimmer einfach vor der tür gemacht durch die dicken wände geht das nicht leider schade jetzt nicht wieder von unten kommen können ich mache jetzt richtig ja mann das ist meins das portal geschossen wp ich habe noch nicht noch nicht beschwert wenn wir beide müssen geworden was soll ich denn da machen wir jawohl ja der wasch anwerfer oder das kann sein ach du meinst du die kleine oder meinst du diese fette waffe mit der trommel halt das ist ein granatwürfer war der krise ok ich habe mich kurz zu tor gefühlt aber es hat nicht funktioniert jetzt habe ich mich selber getötet ja ich habe wieder sehr spannend verbrannt war der krise ja noch als brathähnchen gemacht jetzt war der krise ich wusste nicht mal was auch mal der fehler ich dachte er lässt die nach unten fallen scheiße das muss ich noch rauskriegen ich verhaube schnell ab ich mag das quaken beide weil du mich in der hand hat es wahrscheinlich auch mischen schade ich weiß nicht warum ich noch lebe ich treffe dich vorher mit dem schwert obwohl nur bist du sie einmal nimmst dann ist sie weg danke ich bin nicht mehr explodiert ich bin jetzt sogar selbst eingestritt im eis oder was weiß ich keine ahnung das war ich nicht die gerade hatte kampf die kreis die kreis die kreis die kreis die juke aber auch mit der schweiz musik hier nein ich verstehe ich habe immer wieder gewonnen ich habe immer wieder gewonnen